Der bringt Stärke, Runen und Glück. Hat aber keine Abwehr. Der bringt Stärke, Abwehr und Vitalität. Nur plus 1. Guckt der auch. Und die Runenkraft dann dafür. Dafür geht die Abwehr runter. Dann würde ich den hier nehmen. Wenn dann. Ich habe keine 7,5. Außer ich verkäufe was. Verkaufen. Artefakte. So, pass auf. Dann nehmen wir nämlich einen Axtknopf. Nämlich. Den hier, oder? Der bringt Glück und dafür weniger Abwehr. Der bringt Abwehr und Vitalität. Ein bisschen weniger Rune. Ich glaube den nehmen wir mal. Gleich mal ausrüsten. Talismane können wir auch noch. Des ungebundenen Potenzials. Aktualisiert alle Runenangriff Abklingzeiten. Verfügt auch über einen passiven Effekt, der Runenkraft erhöht, wenn die Abklingzeiten des Runenangriffs läuft. Brauchen wir mal Weltenstaub für. Können wir also nichts machen. Talismane des ewigen Zorns. Stärke und Abwehr. 6 zu 4. Haben wir hier 6 zu 10. Der bringt gar nichts. Talismane des verjüngenden Zorns. Haben wir hier 6 zu 2. Nö. War schon gut so, glaube ich. So. Boah, echt? Ernsthaft? Den können wir nicht verbessern? Ja, fick dich doch. Entschuldigung. Der würde alles auf 4 bringen. Und hier hätten wir trotzdem immer noch mehr mit 6, 8. Okay. Wolfsschutz. Können wir auch nicht. Und den auch nicht. Schade, schade. 2 plus. Würde auf 7, 6, 4 gehen. Kann ich mal so schlecht. Armrüstung. Ich würde auch einen ganzen Arsch voll. Würde aber ordentlich einen Push kriegen. Brustrüstung. Wir haben gar nichts hier irgendwie. Kann sein. Clown können wir ja. Kostet 25.000. Hier brauchen wir den Fallschaden. Die Axt. Können wir auch nicht. Zauber. Einfach einen Zauber erzeugen. Ein Zauber, der einen zufälligen Wert erhöht. Aha. Dafür brauchen wir einen verzauberten Staub. Ich vermute mal, den werden wir hier finden. Ansonsten. Der würde nur noch steigen. Der würde aber Stärke runter. Hier geht auch die Stärke runter. Das hier ist alles so auf Abwehr basiert. Ja gut, damit brauchen wir auch nicht anfangen. Ich würde nur die Vitalität steigen. Nein, 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 nein. Also auf Stärke und Abwehr gehe ich schon gerne, aber das muss sich schon ausgleichen, ne? Ein gezielter Schuss, Schwäche aufdecken. Na gut, dann haben wir das erstmal. Ach so, warte, wir müssen ja noch. Wenn der Kompass golden wird, ist sein Ziel in der Nähe. Suchen wir die Gegend nach Hinweisen ab. Ja, danke. Hol ich aber noch nicht. Äh, hier. Oh, der hat keinen Ruhmplatz. Was? Warum nicht? So eine Scheiße. Huch, Mann. Hallo. Hier haben wir noch den Axtknopf. Wachsende Schutzbarriere. Hohe Bonuschance, Schutzbarriere. Der Schaden durch Gegnerische An... Hohe Bonusaktivierungschance auf eine Schutzbarriere, der Schaden durch Gegnerische Angriffe verhindert, nachdem ein Gegner in die Luft geschlossert wurde. Oh, cool. Ja. Das Boot freilegen. Okay. Ach so, um den Weg weiterzufinden. Okay, von hier aus kommen wir anscheinend nicht viel weiter. Wie mir scheint. Mh, so. Boat es los? Ne, Boat es los. Da liegt auch noch was. Boat es los? Ach, da liegt jemand. Ach so. Ah, alle tot. Äh, okay. Aber ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Okay. Dann, äh, würde ich sagen, hier rein. Das, was heißt das zweite Mal? Hat der Hallus? Oder ist hier irgendwas? Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpfen. Und deshalb isoliert leben. Gut, dass man hier noch nichts sieht. Ich habe echt gesagt, ich habe kein Plan, wo wir hin und lang sollten. Ich will natürlich erstmal alles erkunden, bevor wir irgendwas anderes machen. Ich sehe Beute da oben. Naja, dafür müssen wir auch irgendwo anliegen. Hier. Ah, okay. Oh, cool. Episch. Ektrasils Abklingzeit-Tau. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums für dauerhafte Vorteile. Ein Trank? Was? Wo, was? Wo? Hä? Wo kam das hin? Ressourcen? Opfer für Tier. Frostflamme. Spezialgegenstände. Okay. Was machen wir damit? Episch. Abklingzeit dauerhaft um 2 erhöht. Haben wir das jetzt oder not? Wir haben jetzt 7. Da haben wir 5. Anscheinend. Okay. Aber anscheinend können wir hier nicht vor Anker gehen, aber da oben ist so ein Ding. Was ich umhauen. Ich hab' kaum könnte. Wo muss ich da werfen? Hier ist nix durch vor Ort, äh, vor Anker gehen kann. Und scheinend. Dann müssen wir einfach weiter. Hä? Nochmal. Ich habe nichts gesagt. Ich könnte schweren, du hast was gesagt. Ah! Au! Was ist denn, Junge? Oh! Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Nein. Viele Stimmen. Zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war... böse. Zornige, böse Stimmen, hat er gehört. Oha. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Aber, vielleicht... Sie gehen uns nichts an. Kann ich so ruhig anhalten. Ich hab' sie noch schon abgehauen. Ich fahre nicht jeden Moment darauf, dass ich mal irgendwo vor Anker gehen kann, aber... Am Schein ist das hier nicht vermöglichbar. Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. Mhm. Sieh des Lichts. Okay. Warte, Karte. Warte, Karte. Okay, wir sind jetzt da langgerudert. Hier hinten wäre halt auch noch sehr viel Land, ne? Wenn ich das so sehe. Aber dafür brauchen wir hier ein Boot. Was wir rein theoretisch hier unten haben müssten, aber wir... Hatten ja gar keine Gelegenheit, überhaupt irgendwie was zu boten. Ich schaue mich erstmal um. Traurig, der Streit zwischen den Augen. Allfame ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du... hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Ein Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Licht, Alben, Heiligtum. Okay. Okay. Konzentrieren, Jorgen. Linke Seite! Beuttreffer! Hilfabir, pass auf! Oh! Was? Wo? Wer? Was? Der da hinten? Der da oben? Das wäre ein Traurig weniger. Mhm. Hau ab, Junge. Ach nie, haben die keine Hobbys oder was? Ich meine, offensichtlich haben die keine Hobbys. Muss hier beide wegmachen oder nur einen? Da ist auch noch einer. Ja. Okay, wie soll ich... Von oben muss ich das machen. Irgendwie von da. Okay, muss ich schnell für sein. Aber ich wollte eigentlich erstmal hier hoch. Irgendwie, weil ich muss das von da oben machen. Da komme ich dann irgendwie von da hin. Oh, nicht von hier. Okay. Okay. Nein. Meine Güte. Ich spüre leichte Aggressivitäten. Okay. Ich vermute, reicht es auch nicht, den einen wegzureißen. Nope. Ah. Da kann er nicht. Das kann er nicht. Verdammt. Der ist schon mal frei. Okay. Und da geht es auch noch weiter. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ich gehe erstmal hier lang. Weil das Tor dahinten kommt er wieder runter. Und eine Kiste. Okay. Nein. Also der da. Der. 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 Und der. Das läuft hier wie Sau. Leck mir Arsch. Uh. Yay. Das war der dritte. Einmal mehr gesund heute bitte. Danke schön. So. Mein Jungen. Ihr kommen gleich gucken. Wie sie gehen. Erstmal hier gucken. Hier gibt es nichts zu gucken. Der ist abfallen. Was glänzt hier noch? Es leuchtet so glänzend. Was gibt es denn? Mhm. Hier ist es dunkel. Willst du mir das jetzt damit sagen? Bringt mir nicht viel. Kann ich mir nur schwungrufen, Kollege. Da geht es sonst nicht weiter. Dann müssen wir jetzt hier durch. Rausch. Mhm. Ein Weltenriss. Ich befürchte aber den will ich nicht anfassen. Oh. Da drüben ist etwas. Ich bin mir ganz sicher, dass ich den nicht anfassen will. Mhm. Man kann es versuchen, ne? Okay, Stufe 3. Was? 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 Wie ist Ihr? Was? Was ist unser Müller? Ach so. Oh! Buckle. Was ist investierend sonntes? Weg 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 Los 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 Ich weiß Gutes Ding Ja komm Nein Ich komme zu dir Boah Alles wird gut Mist Schade Fast geschafft Also merken Die Steine Nur einmal Sonst wäre es auch ein bisschen Überaktiv geworden So Jetzt mache ich aber anders Jetzt speichere ich nämlich vorher Ich bin nämlich gar nicht so blöd wie ich aussehe Ähm Dann speichere ich den übermal So Und dann grabbeln wir noch mal rein Und dann müssen wir ein bisschen vorsichtig hier rein Dann mal los Dann mal los Ja Elegant danebenhauen Gehen So 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 wovon wollte ich dazu kommen wie höre ich die eigentlich von der anderen Seite? so jetzt haben wir es gleich nein dieser eine scheiße das ist ja nur eine kleine Menge Gesundheit das ist ja nur eine noch einer krass krass habe ich jetzt gewonnen? ich sehe keinen Loot hä? roti ist hier bin ich? wie jetzt? also die waren schon es hat jetzt abgearbeitet hier soll es abgearbeitet hm hier soll es auch zwei Läden geben ach ich habe den Rage Modus vergessen hm 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 hm